Wir sind hier auf dem Campus der Hochschule Karlsruhe. Gerade befinden wir uns vor dem Gebäude M. Das ist das Gebäude für Maschinenbau und Mechatronik und hier findet ihr auch die Fachschaft für M&T. Wir befinden uns hier gerade im Fachschaftsraum und wie wir sehen können, gibt es hier bequeme Sitzmöglichkeiten, wo man schön und entspannen kann. Außerdem haben wir viele Getränkemöglichkeiten, wo ihr gerne zugreifen könnt. Wenn ihr nicht vergessen habt, dass ihr hier studiert, könnt ihr auch gerne zum Lernen vorbeikommen. Die Fachschaft ist quasi die Studierendenvertretung Fakultätsintern. Wir sind für alle Studierenden das Sprachrohr. Wir organisieren Events für die Studierenden und wir sind eine Zusammenkunft aus einem ganz verschiedenen Menschen und ein ziemlich bunter Haufen. Die Fachschaft besteht aus dem Vorstand, das sind zwei Vorsitzende und ein Finanzer und noch den verschiedenen Teams für die Tätigkeiten, zum Beispiel für Veranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit. Da gibt es Teams für Events, für Social Media, für Äußeres, für Hochschulinternes, für Hochschulpolitik und die haben noch mal jeweils einen Teamleiter. Mit denen treffen wir uns als Vorstand noch. Das sind auch zwei Personen zur Teamsitzung und da werden dann alle wichtigen Sachen auch besprochen. Also die Hauptaufgabe der Fachschaft besteht da drin, das Leben hier an unserer Fakultät irgendwie ein bisschen lebenswerter zu gestalten für die Studierenden. Das heißt, wir veranstalten Feste, wir veranstalten Grillen, wir organisieren auch die O-Phase jedes Semester und haben auch noch mal ein Draht zu den Professoren und Professorinnen. Das heißt, wir sind da auch noch mal Ansprechpartner, wenn es da irgendwie Probleme gibt. Wir sind hier heute beim Campustag als Fachschaft MMT. Wir führen hier die Studieninteressierten durch die Labore der Fakultät. Wir haben mit unserer Fachschaft einen Grill- und Essensstand, wo es Pizza und Grillgut gibt, betreuen den Getränkewagen vom Aster. Wir versuchen quasi uns ein bisschen einzubringen und den neuen Interessierten für die Studiengänger an unserer Fakultät auch mit auf den Weg zu geben, dass die Fachschaft auch gar keine schlechte Idee ist, um das Studium zu begleiten. Kommt gerne auch persönlich auf uns zu oder tragt euch in eine der vielen Helferlisten ein, die rumgehen. Dann kann man regelmäßig zu den Fachschaftssitzungen kommen, die sind einmal im Monat Mittwochs. Oder halt auch einfach mal hier in die Räume rein spazieren, ein bisschen länger bleiben und dann wird man ganz schnell irgendwie ein aktives Mitglied und kann bei Festen helfen und ist einfach dabei und hat Spaß. Also ich bin der Fachschaft beigetreten, weil ich meine O-Phase ziemlich geil fand und dann habe ich gedacht, da will ich mitmachen oder will ich mitorganisieren. Dann bin ich relativ schnell reingerutscht und wurde dann in meinem zweiten Semester hier an der Hochschule auch direkt zweiter Vorstand und bin jetzt seit knapp einem Jahr auch erster Vorstand. In meiner O-Phase war ich früher da als meine jetzige Lerngruppe und habe mich dann aber erstmal zur Fachschaft gestellt, plötzlich stand ich hinter dem Grill und jetzt bin ich plötzlich Vorstand geworden.